und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten klembausteinbaus heute mal wieder mit einem amazon fund und einem anbieter der bei mir noch nicht auf dem bautisch lag und zwar nj brick dieses set habe ich wie gesagt auf amazon gefunden für 23 euro 99 696 steine sollen darin enthalten sein es hat die set nummer 1026 und es soll eine modulare herbsttüte sein mit einem kleinen auto hin dazu ich bin mal gespannt wie modular so ein kleines set am ende sein soll hier vorne steht noch mal drauf enjoy your building play with and display also man soll es genießen damit zu spielen und es auszustellen also nj brick ist ja auf jeden fall überzeugt dass sie die eierlegende wollmilchsau endlich erfunden haben ob das wirklich so ist schauen wir uns heute zusammen in der review an die verpackung ist relativ lieblos gestaltet da haben sie sich wohl am dänischen hersteller orientiert mit seinen 18 plus sets hier gibt es dementsprechend nichts allzu spannendes zu sehen auf der rückseite sehen wir noch einmal das haus von hinten gezeigt wir sehen ein paar detailaufnahmen und auch noch mal das fahrzeug einzeln es ist ja auch schon immer ein sehr sehr gutes zeichen wenn der erste sticker auf der rückseite schon verrät dass derjenige bei dem man es gekauft hat nur der importeur ist und nichts mit dem was danach passiert zu tun haben möchte aber nun gut ich mache das ganze auf und wir schauen uns an was uns darin erwartet erstmal erwartet uns eine box die man zerstörungsfrei öffnen kann und aufklappt das finde ich sehr schön und etwas das ich noch sehr schön finde es erwartet uns eine gut gefüllte box hier ist kaum luft drin wir haben auf jeden fall schon mal bauabschnitte in dem set das ist hier schön eindeutig gekennzeichnet über die steinequalität die uns hier erwartet reden wir aber natürlich wie immer während des baus wenn wir auch wirklich etwas zur qualität sagen können und dann haben wir natürlich noch die anleitung die ist genauso designneutral wie die verpackung an sich sie ist klammergebunden wir haben ein dickes fotopapier also eine ordentliche papierqualität und die druckqualität sieht auf den ersten blick auch wirklich in ordnung aus es wird ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt dieser bauschritt lässt schon mal vermuten dass sich hier um einen print handelt und nicht um einen sticker finden wir natürlich auch zusammen heraus und insgesamt sind die drei bauabschnitte auf 49 seiten abgehandelt und auf der rückseite haben wir noch einmal das set komplett abgebildet mit einer kontakt e mail falls wir probleme haben sollten das ist schon mal positiv wenn es sich dabei aber um eine outlook.com mail handelt wirkt das nicht allzu seriös aber da kann man sich ja auch täuschen auch die rückseite ist genauso gestaltet wie auf der packung und wir haben leider keine teilliste dabei dafür aber direkt am beginn eine übersicht was wir in welchem bauabschnitt bauen das finde ich aber sehr schön und ich sag's euch ich bin schon so gespannt auf dieses set ich fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten bauabschnitt wieder 49 bauschritte später haben wir doch schon ein paar erfolge gefeiert das halbe haus ist schon fertig im zweiten bauabschnitt werden wir dann das haus noch vervollständigen bzw die hütte und dann bauen wir noch das kleine fahrzeug dazu ich habe das set im stream von let's break angebaut bis hierhin und ich muss sagen ich hatte von der konstruktion zumindest spaß aber mit der steinequalität hatte ich meine probleme das ist immer so eine sache wenn man irgendwelche sets bestellt wo kein name genannt wird auch auf amazon weil dort ja doch viele sachen verkauft werden die sonst vielleicht nicht nach europa gekommen wären dieses set hier ist bei weitem nicht das schlimmste was hätte passieren können aber in dem set sind alte sing bausteine verbaut das haben wir auch im stream von let's break geklärt da muss ich immer wieder sagen da gibt es einen mehrwert also guckt doch da gerne vorbei dienstag und freitag ab 19 uhr kann man da immer ein schön stream sehen und hin und wieder bin ich ja auch mit dort von der partie und die leute die wirklich alte sing bausteine kennen können wahrscheinlich nachvollziehen dass das vom baugefühl zwar ganz in ordnung ist also sie lassen sich soweit gut klemmen es gibt auch eine ordentliche klemmkraft bis hierhin wir haben aber auch wenige steine in diesem set wo es große ausreißer geben könnte aber die steine fühlen sich einfach nicht richtig an die steine haben so eine art film vom gefühl wie einen öllichen film oder sie fühlen sich einfach komisch an sie fühlen sich billig an und durch dieses komische gefühl ist dann auch einfach das bauen nicht das was es bei einem anderen hersteller mit einer vergleichbaren klemmkraft und einer vergleichbaren anderen steinequalität geben könnte aber hier wie gesagt das anfassen das schreckt schon ab das ist ein ähnliches gefühl wie ich es bei alten mod brick sets hatte wie gesagt es lässt sich bis hierhin bauen und es ist keine total katastrophe ich finde auch es ist eine kleine putzige konstruktion bis hierhin wir haben hier eine kleine sitzecke mit einem kaffeebecher hier haben wir ein kleines regal auch mit schubladen gebaut hier eine treppe ins schlafzimmer würde ich es nennen mit einem kleinen gebauten bett und der ofen der mir bautechnisch wirklich gut gefällt also bis auf die farbabweichungen die die teile haben und bis auf dieses komische gefühl vom anfassen ist das bis hierhin echt ein ordentliches set kein superset aber ein ordentliches set und ich hoffe natürlich dass es genauso weitergeht finden wir zusammen raus und wir sehen uns dann mit dem fertigen haus nach dem zweiten bauabschnitt wieder und damit ist die herbsthütte von amazon für 25 euro von enjurt brick oder wie es auch manche nennen brick auf jeden fall schon mal fertig hier draußen kommt nur noch ein wenig deko gerache ran also auch der baum der hier namensgebend ist weil er ja orange ist und damit herbstlich eingefärbt und die laterne aber das wird mich jetzt glaube ich nicht mehr so vom hocker hauen und auch das kleine fahrzeug wird mich jetzt nicht unbedingt vom schaukelstuhl holen den wir dann am ende bauen ich kann aber jetzt schon sagen mit etwas besseren stein wäre das wirklich ein superset und selbst mit diesen alten sing baustein die echt nicht die beste steine qualität haben hat das bis hierhin sehr viel spaß gemacht es war alles baubar es hält gut die bautechniken sind eben auch für diese älteren sing bausteine ausgelegt und keine speziellen bautechniken die dann mit diesen steinen nicht möglich wären und deshalb wie gesagt das haus soweit hat schon mal spaß gemacht wenn wir uns das ganze anschauen finde ich die formgebung ja schon mal sehr schön und als erstes fällt hier direkt auf wir haben hier schon mal ein print hier steht nämlich autumn cabin drauf hier haben wir das dach schön angewinkelt ich finde das ist auch für den maßstab schön detailliert gebaut hier eine art kleine terrasse mit einem teleskop gefällt mir auch sehr gut die sitzecke mit dem regal habt ihr ja schon gesehen hier drin haben wir noch mal den kleinen print als bild auch das gefällt mir gut den ofen habt ihr auch schon gesehen hier drin haben wir jetzt das bett auch unter dem dach ich muss sagen unter dieser dachschräge wird das doch relativ beengt also für mich wäre dieses bett denke ich nicht unbedingt das richtige und auch diese dachschräge gefällt mir gut also meiner meinung nach alles was jetzt noch kommt ist bonus und ich glaube so richtig schlecht kann das set gar nicht mehr werden wir sehen uns auf jeden fall gleich mit dem fertigen set wieder so schnell geht es und das gesamte set ist fertig gebaut der baum der hier dazu gekommen ist ist namensgebend und ich finde dafür fast etwas traurig also da wäre etwas mehr drin gewesen an buschigkeit ich finde die farbgebung ist gelungen aber sonst gibt mir der baum jetzt nicht wirklich viel und was noch dazu gekommen ist ist diese kleine laterne hier auch diese sie ist natürlich in ordnung dass sie dabei ist ist noch mal schön zur verzierung aber etwas sehr besonderes ist das auch natürlich nicht im innenraum hat sich nichts mehr geändert und so steht dann die hütte da das einzige was mich an dieser hütte wirklich etwas stört ist wie gesagt der baum der hätte für ein namengebendes element gerne etwas ausgeschmückter sein können und wir haben keine durchgängige grundplatte sondern das ist alles zusammengestückelt dadurch wird es durch die etwas schlechter steinequalität der alten sing bausteine etwas instabiler als es hätte sein müssen das ganze hält trotzdem und man braucht sich da keine großen sorgen machen dieses set für mich wäre alleine schon die 25 euro meines erachtens wert ich hätte mich nicht beschwert ich hätte damit spaß gehabt und hätte durchaus eine kaufempfehlung gegeben jetzt kam aber natürlich noch etwas dazu denn wir haben einmal den schaukelstuhl gebaut ja der ist jetzt nichts groß besonderes aber hey er ist dabei und wir können ihn noch mit daneben stellen aber viel überraschender war für mich dieses auto denn ich habe von diesem auto ehrlich gesagt nicht viel erwartet was einfach nur mit dabei ist wir haben aber schon mal silbersteine das ist ein großer pluspunkt und sieht gut aus und das fahrzeug finde ich für sechs noppen maßstab und wie gesagt ein set was dabei ist sowieso ist sehr sehr gelungen und sehr sehr hübsch gerade die silberelemente machen einfach viel aus und ich finde diesen alten pick up flair haben sie sehr gut eingefangen es hat auch leichte tuning elemente wie als wäre es ein amerikanischer pick up dadurch dass die radkästen relativ weit außen stehen als hätte das auto eine karosserie verbreiterung gehabt das sieht aber stimmig aus und ich hatte mit dem auto ich ihn wirklich wirklich spaß und wenn wir jetzt überlegen dass dieses fahrzeug einfach so dabei war zu dem set was meiner meinung nach sowieso schon eine kaufempfehlung verdient gehabt hätte dann ist das wirklich eine gute sache und wenn man da einfach mal einen dänischen polybag daneben setzt sieht man wie hochwertig dieses auto was einfach nur dabei ist dann eben doch gestaltet wurde und mit diesem auto hinbekommt das set was eigentlich keinen großen spielwert hat sogar noch einen kleinen spielwert mit dazu wenn man sich jetzt noch eine beliebige figur dazu nimmt könnte man hier eine richtig schöne szene nachstellen und durchaus dann den kitsch vielleicht das auto geben um ein wenig damit in der gegend rumzufahren denn das funktioniert hervorragend wie gesagt das fahrzeug sieht auch noch dazu gut aus und damit ist das ein perfektes teil was mit zu dieser hütte ist und was das ganze am ende noch mal abrundet das hätte ich niemals erwartet dass mir das noch mal so gut gefällt und damit ist das für mich überhaupt keine frage mehr dieses set ist für 25 euro endpreis von amazon eine kaufempfehlung und ich hätte mit etwas viel schlechteren gerechnet dadurch dass man ja dort beim bestellen keinen hersteller gesehen hat mich hat dieses set von enj briggs auf jeden fall sehr überzeugt und ganz ehrlich so eine kleine hütte da reichen auch die alten sing bausteine größerer bauwerk würde ich damit jetzt nicht unbedingt bauen wollen denn man muss ganz klar festhalten hier hält alles in diesem kleinen maßstab man sieht aber an der ein oder anderen stelle dass dort die qualitätskontrolle nicht die beste ist man eine schwankende klemmkraft hat und damit dann bei größeren bauwerken wirklich probleme haben könnte das ist hier noch nicht aufgetreten und deshalb gibt es von mir ich wiederhole mich auf jeden fall eine kaufempfehlung da kann man nicht viel falsch machen das sieht im regal gut aus man hat das auto hin dazu was das am ende noch mal toll abgerundet hat also wirklich durchweg eine positive erfahrung auch mit den etwas schlechteren stein die hier aber noch eine gute verwendung haben anstatt einfach weg zu fliegen wenn ihr natürlich dieses set selbst sitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick